Oh yeah, Salzo, Macaron, yeah, Macaron, no, Chakaron, 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 Chakaron. Für die Flasche, ja. Für die Flasche. Okay, das heißt, auch für dich gilt's. Nur bei White, wenn sie da von Skillcheck so lang versauen, bis sie tot umkippt. Nur wenn einer von uns drei verkackt, muss jeder von uns einen Schluck trinken. Logan, ich muss zugeben, ich finde dich immer mehr sympathisch. Danke. Muss man sagen, hey Siri, wie macht der Fuchs? Hey Siri, wie macht der Fuchs? Chachachachachachau. Okay, es ist ein Nurse, Julian, und Whitey, das ist gut, du meinst. Ich glaube, die ist ein Nurse. Okay, Julian, ich bin nicht. 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 Okay, ich bin nicht. Ja, ja. Du, mir hilfst dir. Okay, gut. Nein. Nein, 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 nein. Ich seh dich wie hier in der Hutkurszone. Nein, 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 nein. Okay, ich mach mich schon mal bereit, ne? Hey, Wodkaflasche, wie geht's dir? Ey, nein, 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 nein. Okay, Leute, wir müssen das Wort Saufballach retten, mein Name. Prost, Prost, Julian, und Whitey, Prost, ne? Ja, Prost. Prost. So ein Schweinekiller, Alter. Prost. Prost. Ich dachte, ich bin hierher, wenn ich was trinke. Prost. Ach du Heilgescheiße, ey. Junge. Jetzt ist sie hinter mir her. Nein, nein, nein. Ich komm nicht retten. Ich komm nicht retten, Wölke. Wollt. Julian. Nicht runtergehen. Ich lauf nicht in meine Richtung. Ich muss aber runtergehen. Nein. Ich auch. Hey, hey, bleib stehen. Wer auch immer noch gar nicht am Laufen war. Wer auch immer jetzt die Treppe runter ist. Ich weiß, bitte kommt so noch Heiler. Keine Ahnung. Du hast gelassen. Nein. Nein. Bitte. Bitte sei hart nicht, Jiririr. Bitte. Nein. 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 Ich muss weg. Okay. Julian. Julian, viel Glück. Sie hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Also sie hat mich gesehen, ne? Okay. Julian, hast du dir jetzt auch einen Schluck? Warte kurz. Meine Zähne müssen schneller arbeiten. Oder meine zwei Fingern. Also selber stand in der Mitte der Generator ist halb fertig. Okay, ich hab's. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oho, oh. Er kommt auf. Kack die Socken. Scheisse. What the shit here can? What the shit here? So nahe die anderen nicht hängen. Warte mal, aber eine Sache ist, wenn Julian beispielsweise tot ist, wenn ich schwanger habe oder Valky, soll er Julian immer noch trinken? Ja. Ja. Oh, shit Julian, du Armer. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay, ich mache schonmal meine Flasche bereit. Ja, ich wüsse das. Nein. Ich will nicht. Oh ne die Kellerin ist hinter mir her Oh mein Gott mein Kopf brummt jetzt schon ey Julian ich geh runter wahrscheinlich Nein 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 Stop! Stop immediately! Nope! Oh hell no! Oh 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 Ffikirà komm! Iilas Ah Joën... Woh Habilis Kommtsin mit Woh Habilis irgendwie derzent Warum machst Du das getan nur einmal hören und auch ein schöner regen ist nur schwarz war auch kaputt julian alles klappt super ich weine es hier ins telefon aufzusägen ich schwöre bei gott sicherlich doch nicht wenn ich da wenn ich dann gehe trinkt nämlich drei schlucks okay ich mach mit was wenn ich jetzt da und hier denn nämlich drei schluck in mir komme ich sie und da tritt man die weißen dass ich drei schluck nehmen okay wenn sie er kommt wie sie fiesig ist auch okay wenn ich zwei expresso ich habe nicht genug schnapps gläser ist immer noch mehr daher ich raste aus also julian willst du damit machen wenn ich heute geht es auch da ich schütze oder nicht ja ich habe jetzt schon meine drei bläser geführt okay dann habe ich verloren aber das zählt jetzt immer noch egal wenn ich jetzt diese mensch immer runter geht nämlich trotzdem meine flasche ist bald leer kollegische die kreis in der warte 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 ab und ich bin nicht auf die stelle ich bin nicht auf die warte ab und ich bin nicht auf die warte ob es der kreis schon bei mir er ist es ich weiß kann den erdn ein doch auch sein wer ist es keine ahnung wir hören nur den herzschlag i don't wanna know i don't wanna know i wanna see the little bitch i don't wanna think es ist ein doktor es ist ein doktor nein ja es ist ein doktor oh es wird immer schlimmer nein ich hab's nein ich nehme hab's weil guck mal ich hab ihr skillcheck versagt 3 schlücke killer doktor recheck versagt ran gehackt julian was ist ein saft nein das muss aber 2 nein wenn auch nein was hast du gemacht bald kannst du retten gehen julian julian du musst jetzt 4 schlücke trinken du musst jetzt 4 schlücke ich bin jetzt schon bei meinem dritten ich hab jetzt während ich getragen wurde auf du musst jetzt so ich muss mich erstmal beruhig nein das ist auch noch skillcheck hm wie weiß er wo ich bin wie weiß er wo ich bin was julian fünfter schluck fünfter schluck was warum warum links schluck ach oh nein ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich will auch nicht sterben das heißt wenn wir auf einem drei schädten und dann wir beide tot sind sechs schlägten Nein, ich kann nicht retten, du stirbst nicht, ich hab keinen Bock auf 6 Schlücke, ne? Ich hab da auch keinen Bock. Na weißt, guck, wenn wir beide tot sind, müssen wir einmal 6 Schlüsse und werden 3. Nee, 3 Schlücke, wenn du stirbst, wenn ich auch sterbe. Wenn wir beide sterben und danach, wenn wir beide gestorben sind, müssen wir allgemein 6 Schlücke. Nein, nein, nein. Nein, Volki, Volki, nein. Wir haben 3 Schlücke, ich will... Kann ich 10 trinken? Volki, ja! Nein! Oh, nein! 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 Nein, Volki! Nein! Alle Zuschauer von Live, abonniert meinen fucking Kanal. Lass mich trinken! Meine auch, bitte! Nein! Mitte, zur Titte, zum Sack, Sack. Schade! Ja, bist du bereit? 10 Schlücke! Leute, der Doktor hat das verhindert, ihr müsst keinen Stück mehr nehmen. Ich will sie, ich will sie 10 Schlücke haben, mein Lieber. Wir haben vielleicht 10 Schlücke. Ich hab jetzt grad mit einem angefangen. Es sind noch 9. Oh Gott! 1 2 3 4 6 3 4 6 Wow! Fressen, Dreck! 7 5 Nein! 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 Ja! Weiß du was? Ich habe jetzt 3 Schlücke! Seht es für dich auch, wenn ich einfach 30 Minuten von der Tasche lauf. Okay, wir haben das so faul abzuziehen! Das bin ich so dumm gemacht. Jetzt bin ich auch wenn ich drei Sekunden von der Flasche tüte. Damit ich kann die Stücke von der Flasche nicht sehen. Ich lade mal Danny ein. Warum?